Grüezi, servus und hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ja das Auto von meiner Freundin, damals war es ein Neuwagen, komplett aufbereitet. Das heißt poliert, wir haben uns um den Innenraum gekümmert, sogar im Innenraum eine Keramikversiegelung aufgetragen. Und am Ende wurden hier links und rechts zwei verschiedene Keramikversiegelungen aufgetragen. Und zwar auf der Beifahrerseite das Maguiars Hybrid Paint Coating, was damals noch relativ neu war. Es ist nach wie vor schwierig auf dem europäischen Markt zu bekommen, weil es da Lieferschwierigkeiten, Rohstoffkettenkrisen und so weiter gab. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt nach gut einem Jahr ein Update zu diesem Coating geben. Wir sagen es euch ja immer wieder, Standzeitangaben in Wochen, Monaten oder Jahren sind schwierig. Aus meiner persönlichen Sicht sind sie sogar schwachsinnig. Warum? Dieses Auto wurde in diesem einen Jahr 40.000 Kilometer bewegt. Ich habe ja gesagt, meine Freundin arbeitet damit, ist Hundesitterin. Sie holt die Hunde ihrer Kunden damit jeden Tag ab. Und deswegen sind da jetzt in einem Jahr 40.000 Kilometer vergangen. Andere Leute fahren 5.000 bis 10.000 Kilometer pro Jahr. Das heißt, das wäre das Äquivalent von vier Jahren da drauf jetzt. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Jahr oder die 40.000 Kilometer waren, in diesem Beispiel war es beides. Schauen wir uns jetzt nach diesem knappen Jahr mal an, wie gut oder wie schlecht das Maguires Hybrid Paint Coating da noch drauf ist. Bevor wir das machen können, muss ich das Auto natürlich zuerst waschen. Denn meine Freundin hatte striktes Selbstwaschenverbot und striktes Verbot, in irgendwelche automatischen Waschanlagen zu fahren, damit uns hier der Test nicht irgendwie verfälscht wird. Das Auto wurde insgesamt zwischendurch, kann ich euch sagen, drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht viermal von mir selbst gewaschen. Und zwar immer nur mit einem pH-neutralen Snowfoam und danach mit einem pH-neutralen Shampoo. Ich habe hier dazwischen keine alkalischen und keine sauren Produkte genommen. Ich wollte es hier wirklich in dem Sinn wissen, wie sich die Keramikversiegelung verhält, wenn wir hier wenig bis gar nichts machen. Jetzt in den letzten Wochen und in den letzten Monaten habe ich hier festgestellt, dass die Keramikversiegelung gerade auf den Seiten, gerade hinten anscheinend schon angegriffen, wenn nicht sogar weg war. Einigen von euch war es, sogar jetzt fängt es hier gerade an zu winden, einigen von euch war es in einem letzten Video sogar aufgefallen und ihr hattet gesagt, dass ihr gesehen habt, dass die Keramik nicht mehr wirklich ganz so gut war. Einige von euch haben sogar geschrieben, sie sind enttäuscht. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen mutig, ohne zu wissen, wie lange die Keramik drauf war und vor allem, wie viele Kilometer hier gefahren wurden und wie viel oder wie wenig gewaschen wurde. Und vor allem, ob hier die Keramik mal zwischendurch frei gewaschen wurde, fand ich eine mutige Aussage. Aber mein Gott, ihr wisst ja oder konntet ja nicht wissen, was hier gemacht oder nicht gemacht wurde. Damit wir uns jetzt hier anschauen können, wie gut die Keramik nach diesem einen Jahr, nach diesen 40.000 Kilometern noch drauf ist, werde ich jetzt an die SB-Box fahren und werde die Keramik frei waschen. In diesem Video geht es zwar um ein Update der besagten Keramikversiegelung, aber das Video soll euch gleichzeitig als Anleitung dienen, wenn ihr selbst ein keramikversiegeltes Auto habt und ihr möchtet noch wissen, ob die Keramik da ist oder anderer Fall, ihr habt festgestellt, dass eure Keramik nicht mehr so schön abperlt, wie sie es am Anfang gemacht haben. Und deswegen kommen jetzt nachfolgend Tipps, Prozesse und vor allem Produkte, die ihr verwenden könnt, um eure Keramik sozusagen frei zu waschen. Film ab und viel Spaß! Wir schauen uns zuallererst mal den Ausgangszustand an und da sehen wir, dass wir nach der letzten normalen Handwäsche einen komplett geschlossenen Wasserfilm haben. Hier am Heck und auch auf der Motorhaube sehen wir, dass stellenweise wirklich, wirklich große, hässliche Wasserlachen zurückbleiben und dass wir es hier mit einer geschwächten Keramik zu tun haben, die nicht mehr die Hydrophobie aufweist, die sie am Anfang hatte. Um eine Keramik frei zu waschen, braucht ihr drei Produkte bzw. drei Schritte. Schritt 1 und dafür nehme ich jetzt den Labo Cosmetica Primus, einen alkalischen Vorreiniger. Ihr könnt hier natürlich auch andere Produkte verwenden, von Nanolex, von Sienna Gloss, von Dodo Juice, von FX Protecting Gravity beispielsweise. Es geht in diesem Schritt darum, dass wir den gröbsten Schmutz, den sogenannten Traffic Film und vor allem die organischen Verschmutzungen oder die Verschmutzungen, die auf organischen Dingen basieren, mal vom Auto runter waschen in einem ersten Schritt. Ihr seht, dafür nehme ich jetzt hier einen Schaumsprüher von IK. Ich habe den Primus dann fünf Minuten auf dem Auto drauf gelassen und danach habe ich das ganze Auto nochmal mit dem Schaum aus der SB-Box eingesprüht. Den Schritt hätte ich mir theoretisch auch ersparen können, aber weil ich nur die unteren Karosseriebereiche mit dem Labo Cosmetica Primus eingesprüht habe, habe ich mich entschlossen, weil ich eh das ganze Auto waschen wollte, noch das ganze restliche Auto mit dem Schaum aus der SB-Box einzusprühen. Nur direkt auf den Schaum aus der SB-Box würde ich mich nicht verlassen, weil da wisst ihr ja nicht, ob der pH-neutral oder alkalisch ist, wenn es darum geht, die Keramik frei zu waschen. Danach spült ihr den alkalischen Vorreiniger oder den Snowfoam, den ihr da verwendet, für das ganze Auto einmal komplett ab, denn der hat ja seinen Job getan und hat in dem Sinn die Verschmutzungen eingeweicht und hoffentlich, sage ich jetzt mal, auch entfernt, sodass wir jetzt zur Handwäsche übergehen können. Schritt 2 zum Freiwaschen. Ihr nehmt ein ganz normales pH-neutrales Autoshampoo. In diesem Fall habe ich das Sonax Autoshampoo verwendet und habe jetzt hier mit einer klassischen Zwei-Eimer-Waschmethode und einem Waschhandschuh, den ich immer wieder dazwischen, da seht ihr mich nämlich aus dem Bild verschwinden, im Wascheimer entsprechend ausgewaschen und an der Schmutzfalle gerieben habe, damit ich mit keinen Verschmutzungen oder verschmutzten Waschhandschuhen da wieder aufs Auto draufgehe. Das heißt, Schritt 2, Auto ganz normal per Hand waschen und danach natürlich das Shampoo wieder abspülen. Und danach kommt der entscheidende Schritt. Schritt 3, ihr braucht einen sauren Reiniger. Hier verwende ich jetzt den Labo Kosmetica Purifica und gebe mir den in einen Pumpsprüher rein. Den oder damit sprühe ich das ganze Auto ein und lasse das Mittel meiner Wahl circa 5 Minuten bzw. nach Herstellervorgaben auf dem Auto drauf und lasse das wirken. Den sauren Reiniger brauche ich oder verwende ich, um anorganische Verschmutzungen zu lösen bzw. alles, was jetzt hier an mineralischen Ablagerungen drauf ist, was ich über die Keramik drübergelegt haben könnte. Ich könnte nach dem sauren Reiniger grundsätzlich auch nochmal mit einem Flugrostreiniger arbeiten, falls ich denn der Meinung bin, dass Flugrost es ist, der mir meine Keramik zusetzt. Oder ich verwende sowas wie das Gion Restart oder das Carpro Iron X Snow Soap Shampoo. Das sind Shampoos oder beziehungsweise Snow Foams, die die gleichen Inhaltsstoffe drin haben, die auch beispielsweise die Flugrostentferner drin haben. Für das jetzt, für dieses Auto und für dieses Experiment habe ich mich jetzt eben für den Labo Kosmetica Purifica entschieden. Meines Erachtens der effizienteste, saure Reiniger, den es aktuell auf dem Markt gibt. Vielleicht gibt es da noch im Profibereich beispielsweise von Surfaces was, was man sich auch mal anschauen könnte. Oder das FX Protect Arctic Ice Shampoo. Dann, ganz, ganz wichtig, nachdem ihr das 5 Minuten habt einwirken lassen, müsst ihr das Ganze jetzt noch mechanisch unterstützen. Weil wenn ihr den Reiniger nur abspülen würdet, dann wäre einfach die Wirkung nicht so gut und nicht so stark, wie wenn ihr jetzt diese mineralischen Ablagerungen, die durch den sauren Reiniger gelöst wurden, mit dem Waschhandschuh hier noch zusätzlich abtragt. Hier ist es jetzt nicht mehr so wichtig, dass ihr den Waschhandschuh zwischendurch immer wieder auswascht, weil wir ja eigentlich über ein sauberes Auto waschen. Variante 2 oder, jetzt hier habe ich das zusätzlich noch gemacht, ihr schnappt euch sowas wie den Carpro Spotless, also einen Wasserfleckenentferner, sprüht das Auto damit ein, lasst auch den wieder gemäß Herstellervorgaben auf dem Auto drauf und einwirken, denn auch diese Wasserfleckenentferner sind stark saure Produkte, die ähnlich wirken. Ich habe mir jetzt noch zusätzlich den Waschandschuh ein bisschen damit eingesprüht und auch hier, ganz wichtig, ich unterstütze die Chemie wieder mit der Mechanik, damit ich diese mineralischen Ablagerungen einfach optimal entfernen kann. Und damit behandle ich jetzt das ganze Auto, damit wir eben sicherstellen können, dass möglichst alles vom Auto beziehungsweise von der Keramikversegelung weg ist, was ihre Performance einbüßen könnte. Und was wir jetzt hier wunderbar sehen ist, dass selbst nach 40.000 Kilometern die Sonax CC-1, die hier auf der Motorhaube drauf ist, wieder relativ gut und relativ stark abperlt. Nicht mehr so gut wie am Anfang. Ich blende euch hier jetzt mal Aufnahmen von der Hydrophobie, der Sonax CC-1, auf der Haube direkt nach dem Auftrag dieser Hybrid-Keramik ein, damit ihr mal seht, wie das ausgesehen hat, als die Keramik noch frisch war. Nämlich, muss man einfach sagen, absolut überragend. Einfach, damit ihr einen Vergleich habt, wie es jetzt aussieht. Jetzt hier auf diesem seitlichen Blech, überhalb des vorderen Kotflügels, oder Rathauses besser gesagt, sieht die Sonax CC-1 wieder extrem gut aus. Gerade hier in den Dachholmen meint man eigentlich, die ist noch wie am ersten Tag da. In den unteren Bereichen, sehen wir dann gleich, ist sie zwar definitiv angegriffen, da haben wir ganz kurz eine Wasserlachenbildung, aber das Wasser zieht sich dann doch wieder zusammen. Und das Spannende ist jetzt hier, vor der Wäsche, also bevor ich jetzt hier das freigewaschen habe, in dem Sinn, hatte man das Gefühl, hier ist nichts mehr drauf, weil einfach eine stehende Wasserlache auf dem kompletten Auto drauf war. Und diese Wäsche hat es jetzt geschafft, das hier freizuwaschen, gerade am Heck. Gerade am Heck war es vor der Wäsche so, da wäre ich davon ausgegangen, da ist nichts mehr drauf. Das war komplett eine geschlossene Wasserdecke. Und jetzt sieht man ganz klar und deutlich, wie der Wasserfilm hier aufreißt, dass hier ganz klar noch Reste von der Sonax CC-1 drauf sind. Und auch hier wieder blende ich euch jetzt Bilder ein, wie die Sonax CC-1 hier am Heck ausgesehen hat, als sie noch frisch aufgetragen war, damit ihr einen Vergleich habt. So sieht sie nämlich heute aus. Und ihr seht, das Abperlverhalten hat nachgelassen. Und wir haben ganz besonders hier auf der rechten Seite stellenweise eine Lachenbildung. Hier sieht man jetzt wunderschön den Übergang. Vordere Frontstoßstange, da ist das Sonax CC-1 drauf, das Korosserieteil überhaupt des Rathauses, da ist das Maguire's Hybrid Paint Coating drauf. Das Maguire's hat jetzt hier in diesem Fall nicht vom Freiwaschen profitiert. Ihr seht hier in den oberen Bereichen reißt das Wasser noch auf, da an den Dachholmen. Teilweise hat man das Gefühl, da ist noch gut was da. Unten in den unteren Karosseriebereichen ist aber eine geschlossene Wasserdecke. Also da würde ich jetzt persönlich sagen, da ist das Maguire's Hybrid Paint Coating definitiv weg. Ich blende euch mal noch Aufnahmen vom ursprünglichen Abperlverhalten des Maguire's Hybrid Paint Coating kurz nach dem Auftrag ein, wo ihr seht, die Hydrophobie da war wirklich, wirklich, wirklich überragend. Kann man nichts sagen. Und hier jetzt nochmal im direkten Vergleich, wie es nach 40.000 Kilometern aussieht. Ihr habt in diesem Video eine Sache sehr deutlich gesehen. Die Standzeit von einem Produkt zu beurteilen ist unglaublich schwierig. Wie würdet ihr jetzt an meiner Stelle vorgehen? Was soll ich denn euch jetzt zur Standzeit vom Maguire's Hybrid Paint Coating sagen? Denn auf den Dachholmen oben ist sie noch so ziemlich voll da. Nicht mehr ganz, aber sie ist noch definitiv so da, dass ich nicht sagen würde, sie wurde entfernt. Auf dem unteren Karosserie-Teil, also die ganzen Seiten, die Türen und so weiter, da ist sie aus meiner Sicht weg. Da hat sich ein Wasserteppich gebildet, selbst nach dem Freiwaschen. Was soll ich denn euch jetzt sagen? Ist sie weg nach einem Jahr? Ist sie nicht weg? Habt sie die 40.000 Kilometer überlebt oder nicht überlebt? Ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich persönlich und auf Basis von dem, was ihr uns immer wieder rückmeldet, würde sagen, wenn ihr da draußen dieses Wasserverhalten, diese Hydrophobie an den Türen und an den Seiten gesehen hättet, würdet ihr sagen, die Keramik ist weg und ich würde euch da tendenziell zustimmen. Aus meiner persönlichen Sicht ist das Maguire's Hybrid Paint Coating eine Einsteigerkeramik, ihr könnt es auch eine Hybridkeramikversiegelung nennen, die realistischerweise bei normalen Bedingungen, normale Bedingungen sind für mich persönlich, ihr wascht euer Auto ein bis zwei Mal pro Monat, ihr fahrt um die 10.000 Kilometer pro Jahr und euer Auto ist draußen parkiert. Unter diesen Bedingungen würde ich euch persönlich sagen, das Maguire's Hybrid Paint Coating wird ungefähr ein Jahr lang halten. Natürlich kann sich das verändern, wenn ihr beispielsweise in einem Industriegebiet parkt und arbeitet, wo ihr ständig mit Dekontaminationen zu tun habt, wird sie weniger lange halten. Wenn ihr in einer Garage parkieren könnt, sowohl zu Hause über Nacht als auch bei der Arbeit untertags, wird sie euch länger halten. Wenn ihr sie wirklich schonend behandelt und schonend wascht, wird sie euch länger halten. Wenn ihr aggressive Chemikalien verwendet, wird sie weniger lange halten und so weiter und so fort. Realistischerweise würde ich jetzt da von einem Jahr Standzeit ausgehen. Und damit kann ich auch mein abschließendes Fazit zum Maguire's Hybrid Paint Coating geben. Und das hat sich gegenüber dem ersten Video nicht verändert. Ich halte es nach wie vor für eine der besten, wenn nicht sogar die beste Einsteiger-Keramik, die ich persönlich je versucht habe. Obwohl sie so eine unglaublich schöne Hydrophobie erzeugt, zumindest am Anfang, obwohl wir unglaublich viel Lackglätte erreichen und obwohl wir eine schöne Farbabdunkelung oder Farbauffrischung erreichen, nicht die beste, aber eine gute. Obwohl wir all das in diesem Produkt haben, ist es nahezu, idiotensicher aufzutragen. Und ich sage es anders, das Maguire's Hybrid Paint Coating ist nicht schwieriger in der Anwendung als beispielsweise ein Sonax Polymer NetShield. Und das sagt bereits viel aus. Jeder von euch, der sich ein bisschen mit Autopflege auseinandersetzt und der ein bisschen handwerkliches Geschick mit sich bringt, der wird das schaffen. Das gleiche muss ich über das Maguire's Hybrid Paint Coating sagen. Und ich muss es halt an dieser Stelle sehr deutlich betonen. Weder das Gion Can Coat noch das Gion One noch das CarPro C-Quartz Lite noch die Sonax CC One, all diese Keramikversiegelungen halte ich für schwieriger für einen Anfänger, für einen Ersteinsteiger ins Thema Keramik als das Hybrid Paint Coating von Maguire's. Warum? Weil ihr bei diesen Keramiken aufgrund einer stärkeren Farbauffrischung, aufgrund einer anderen Konsistenz, aufgrund von verschiedenen Inhaltsstoffen ein sehr, sehr viel höheres Risiko für Fehler, insbesondere für sogenannte Highspots oder keramische Schlieren habt. Ich blende euch mal hier ein Bild ein von genau diesem Auto, von der anderen Seite, wo ich ja die Sonax CC One aufgetragen habe. Und selbst ich, der ein bisschen Erfahrung mit Keramikversiegelungen hat, ich würde mich definitiv nicht als Profi bezeichnen. Selbst mir ist es passiert, dass ich beim Auftrag bei der Sonax CC One einen Highspot zurückgelassen habe. Dieses Risiko habt ihr aus meiner Sicht beim Maguire's Hybrid Paint Coating nahezu gar nicht. Jetzt fängt es wieder an zu stürmen. Wir machen trotzdem weiter. Ich halte, ich fasse es jetzt kurz nochmal zusammen für euch, damit das Video nicht zu lange wird. Ich halte das Maguire's Hybrid Paint Coating für eine der besten, wenn nicht sogar die beste, Einsteigerkeramik, die ihr euch holen könnt. Wenn ihr sie bekommt, es ist halt nach wie vor schwierig, sie zu bekommen, weil sie nicht oder teilweise nur sehr kurz in sehr kleinen Mengen verfügbar ist. Wenn ihr sie bekommt und ihr seid Einsteiger und ihr wollt euch eine Keramikversiegelung antun, ihr wollt es zum ersten Mal ausprobieren, holt euch die. Es ist wirklich eine hervorragende Keramik, auch wenn sie nicht zwei, drei, vier oder fünf Jahre hält. Bitte seid hier als Einsteiger, als jemand, der zum ersten Mal eine Keramik verwendet, seid hier vernünftig. Ja, es gibt Keramikversiegelungen, die halten länger. Eine Sonax CC Evo, ein G&Pure, ein G&MOS, ein CarPro Seacquartz SIG oder Seacquartz UK 3.0, eine Surfaces Suave, eine Surfaces Ultima, was eine professionelle Keramik für gewerbliche Anwender ist, die sich aber leider Gottes immer auch mal wieder private holen. Holt euch die bitte nicht, weil ihr habt dort so viel ein höheres Risiko, Fehler zu machen, Schlieren zu hinterlassen und diese Schlieren sind dann nur noch durch Polieren, teilweise sogar nur noch durch Schleifen wieder zu korrigieren und ich halte es einfach für unvernünftig, wenn man sich als Einsteiger so eine Keramik dann holt. Holt euch das Maguiers Hybrid Paint Coating, ich garantiere euch, ihr werdet Spaß haben beim Auftrag, weil es so einfach ist und das Ergebnis, zumindest initial, wird sehr, sehr gut sein und wie wir in diesem Video gesehen haben, sie wird euch ungefähr ein Jahr lang halten und dann könnt ihr sie ja nochmal auftragen, weil die Keramik ja in der Aerosoldose daherkommt, hält sie sehr, sehr lange, sie ist sehr, sehr sparsam anzuwenden und diese Aerosoldose, da ist genug drin, dass ihr euer Auto wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre auch noch versiegeln könnt. Ich halte das Maguiers Hybrid Paint Coating für ein hervorragendes Produkt im Bereich der Einsteiger Keramik oder der Hybrid Keramiken und damit schließe ich dieses Video, das ist mein abschließendes Fazit zu diesem tollen Produkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.